Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kaspar und ich müssen uns gegenseitig helfen in dieser Teamwork-Obby. Das heißt, wenn er auf blau geht, muss ich auf rot gehen und ihm helfen. Lasst euch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Lasst euch mal die 1500 Likes schaffen und jetzt die Spaß mit dem Video. Alter, wie viel drückst du denn da? Was geht ab bei dir, Kaspar? 80 Kilo, Antin, Alter. Denn ich bin eine Maschine. Ich seh schon, ich seh schon. Alter, wir sind einfach im Gym hier heute. Guck mal, unser Gym-Trainer, der sieht auch so aus. Er sagt so, macht mehr, macht mehr Kilo. Wie viel machst du denn an der Bank hier? Hebe mal hoch hier das Teil. Warte hier, pass auf. Alter, ich glaube, du bist zu schwach. Ich glaube, du bist viel zu schwach. Ich will dir nur was Lustiges zeigen. Und zwar hast du schon noch das geheime Ding eingesammelt hier in dem Raum. Die goldene Handel. Ja, natürlich hatte die. So ein Ding, also. Und er wollte doch nichts sagen. Dann wollte er nichts sagen. Okay, komm, dann müssen wir hier durchfahren einmal. Alter, dieser Lego. Oh, guck mal, Timo. Dieser Lego-Sound-Effekt. Oh, hä? Ist doch gar keiner gerade drauf. Hä? Ist aber einer. Hä? Irgendein unsichtbarer Gast. Ach, hier oben. Die helfen uns alle. Nein, was macht ihr hier, Mann? So, das hier. So, alle rüber da jetzt. Ah, okay. Ich, ja, ja. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Jetzt. Hey, wieso macht ihr? Digga, wie kann man so unkorrekt sein? Okay. Okay, so, jetzt hier rüber alle. Und los geht's. Okay, rüber. So, pass auf, die lassen wir jetzt runterfallen. Okay, Kaspar. Guck mal, siehst du, was da hinten auf dem blauen Spinnt ist? Äh, das ist nicht dein Ernst, Bro. Nein, ey. Nein. Oh, mein Gott, Digga, wie kann man so unkorrekt sein und das nicht callen? Ich habe es doch jetzt gerade gecallt in dem Moment. Weiter. Oh, sag mal, dass die auch immer zur Seite gehen müssen, dann, wenn es da losgeht. Ey, was? Oh, mein Gott, Digga. Und die geht einfach zur Seite. Und alle rüber springen. Also, echt. Du musst auch schon sagen, dass du auf grün auf musst. So, jetzt schnell, blau. Ja, jetzt grün. Grün. Jetzt wieder blau. Blau. Ja, grün. Grün. Und wieder blau. Ey, wie unkorrekt kann sein. Bro, bist du schlecht oder was? Du musst mich runterfallen lassen. Hä? Safe nicht. Ich war genau rechtzeitig. Grün. Oh Gott, los jetzt. Blau. Los. Alter, okay, jetzt musst du. Blau, blau, blau. Okay, blau. Danke, grün. Grün, schnell. Grün. Ja, blau. Blau. Die hängen wir so krass ab. Grün. Ja, danke, schnell, aufhör grün. Ja, wichtig. Wichtig, wichtig, danke. Okay, sehr gut. Okay, los, geh rüber. Zuckis. Okay. Oh mein Gott, grün. Nein. Nein. Bist du auch drauf gegangen? Ja. Was machst du denn? Mach doch. Wie unkorrekt. Und los. Ey, wie unkorrekt. Digga, du musst einmal losspringen. Du brauchst viel zu lang. Jetzt hat er uns eingeholt. So, und jetzt hier. Grün, komm. Drauf da, ja, sehr gut. Ich muss warten, ich muss warten. Jetzt aber. Und noch ein grüner. Noch ein grüner, ich warte hier. Okay, brauchst du jetzt noch irgendwas? Blau oder so? Äh, blau. Okay, hab ich aktiviert. Geh rüber. Okay, blau. Ja. Okay, sehr gut. Jetzt brauch ich blau. Jetzt brauch ich blau. Blau. Also, Digga. Was denn? Kann man nur so unkorrekt sein. Was denn? Wo willst du blau machen? Also, Digga, wie kann man so unkorrekt sein? Bro, ich sehe ganz genau, dass du da oben drauf stehst. Oh Gott, sie kommt zurück und hilft dir. Los jetzt. Die macht doch. Alter, jetzt grün, jetzt grün. Ne, sie steht auf grün. Ey, die macht für mich, Alter, wie korrekt. Oh mein Gott. Nooo. Also echt. Blau wieder, blau wieder. Okay. Digga, jetzt hör mal auf damit. Na gut, okay, okay. Okay, komm. So. Oh Gott, oh Gott. Sie bleiben nicht ganz auf grün stehen. Oha, oha. Schnell, nimm blau mit. Das kann nicht sein, sag mal. Was war denn das? Das ist nicht dein Ernst. Warte, warte. Pracken wir, pracken wir. Geh direkt runter, wenn du drauf. Jetzt. Komm rauf. Okay. Tschüss. Nein. Oh mein Gott. Ich bin fast runtergegangen von grün. Rot und blau. Danke. Und haben wir. Sehr gut, Alter, haben wir alle abgehängt. Runter hier. Oh mein Gott. Oha, oha. Du hast übersehen, du hast die übersehen. Oh mein Gott, die goldene Handel. Ne, ich hab geguckt, da war keine. Alter, ein Spind. Alter, was macht der jetzt? Jetzt ist er absolut krass am Trainieren. Jetzt kommt der. Hä? Hilfe. Alter. Hilfe. Warte mal, kommt der? Hä? Nein. Nein. Du hättest auch den Knopf drücken müssen. Nein. Oh, hier geht es weiter. Sehr gut. Aber hast du da das Ding geholt? Die goldene Handel, Bro. Also da brauchst du ja wirklich einen Krüggschuh, den du nicht gesehen hast. Hä? Ich gucke mal hier oben drunter durch. Ich sehe den. Ach, da hast du den Knopf. Ach so. Also echt, da ist sogar ein schwarzer Faden direkt an der Seite. Okay, warte. Du mal lieber auf den grünen Knopf drauf. So, warte, ich komme jetzt hier jetzt mal wieder rein. So, okay. Ja, ja, sorry. Okay, let's go. Und los. Also, Digga. Ey, ich steh drauf. Ich steh drauf. Ich hab auch so gesehen. Also, Digga. Da ist ja wirklich kein Vertrauen mehr, ne? Was soll denn das? Was machst du denn? So, jetzt. Okay. So. Bro. Also, Bro, es reicht mir gleich, ne? Es reicht mir gleich. Okay. Das war ja clever. Digga, du bist so ein Hund, Alter. Was soll das? Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Okay, komm. Oh, ja. Komm. Pissi, geh auf grün. Nee. Pissi, geh auf grün. Okay, dann los. Ey, Mann. Direkt vorbeigesprungen. Alter, stell dir mal vor, man kriegt die einfach vorbei, Digga. Boah, krass. So unkorrekt. So unkorrekt also. Ja, mach doch. Ah. Wie? Wie? Duh. Willst du nicht draufgehen? Du dachtest, du drehst das Ding, du sollst erstmal eine Ecke runterdrehen? Okay. Ey, nein, Einsprung. Wie viel sieht das an, Digga? Wie viel ist das an, hä? Okay, so. Wow. Alter, das war grad voll schnell auf einmal. Oh mein Gott. Reicht jetzt auch. Ja, hast du geschafft, oder? Ach, bist du immer noch nicht da. Okay. So, sehr gut. So, weiterfängst. Jetzt fängst du halt auf den Kreis. Mann, Digga, also wirklich, was machst du? Oh, schade. Okay, so, drück drauf hier. Drück drauf. Drück du drauf. Mann, viel zu spät, Bro. Okay, dann los. Los jetzt. Okay, ab geht's nach oben. Nein. Nein, das ist jetzt gefährlich. Nein, ich hänge Boden. Aua. Ey, das Ding fährt jetzt immer hoch und runter hier die ganze Zeit. Ja. Nein, Digga, mach doch nicht den. Warum gehst du nicht nach oben? Ja, weil es das dauert. Jetzt dauert es, dauert es jetzt. Jetzt fährt es nach oben. Ja. Dann. Und Feuer. Oh. 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 Okay, du hast den. Oh, lol. Ich hab Wasser. Du hast Feuer. Okay. Oh Gott. Easy, aber so, oder? Würde ich jetzt auch einfach gemacht mit diesem Dach hier oben drauf. Hä? Nein. Ich sehe mich, was war das denn jetzt für dir? Ich wollte vorsprinten. Okay. Jetzt aber. Zack. Zack. Und weiter. Und weiter. Komme. Und weiter. Ey. Also, Digga. Du gehst bis ganz nach hinten. Du bist ganz nach hinten. Das ist wirklich unglaublich. Ich gehst bis ganz nach hinten. Schon wieder. Ey, Bro. Ich stehe hier in der Mitte. Guck doch mal. Nein, das ist null die Mitte. So. Wie ist das die Mitte? So, komm, spring rauf. Das ist alles. Das ist alles. Oh, Digga. Jetzt komm. Oh, okay. Okay. Los, spring einfach rauf. Ey, wirklich. Das ist so. Was ist das los? Das ist so ungerecht. Digga, dass du auch wirklich auch nicht aufhörst damit. Warte doch erstmal. Guck erst mal, was hingeht. Nein. Ich traue dir, dass du mit dem stehen bleibst. Du normaler. Okay, okay. Dann los. Alter. Okay, so. Okay. So, jetzt. Oh! So rein, ne? Ey, wirklich. So ungerecht. Also, Bro. Wieso springst du sofort los? So, jetzt aber endlich. Ja. Okay, sehr. Jawohl, ey. Nach 3000 Jahren. Also, wirklich nach 3000 Jahren jetzt einfach gerade, ne? Du kommst auch nicht weiter, Kollege. Scheiße, allo. Nee. Okay, ja, ja, ja. Glück gehabt. Ich wäre gerade ohne nicht weitergekommen. Ich weiß, ich weiß. Okay, warte, geht. Jetzt. Oh. 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 Okay, geh rüber, geh rüber. Ja, 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 ja. Und jetzt. Okay, komm rüber. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Sehr gut. Grün. Grün. Ist aktiv, ja. Alter, dann brauche ich das Ding. Oh, jetzt. Okay. Sehr gut. Und losfahren. Yeah. Okay, sehr wichtig. Komm rüber hier. Losfahren. Oh, los. Hallo. Sehr gut. Was hast du denn? Oh, Alter, es hat klappt. Hier, Lila, geht rauf. Hui. Sehr gut. Und ein fließender Übergang hier. Und rauf. Ein fließender Übergang. Oh, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und rot. Boah, jetzt zieh ich aber auch gerade durch. Alter, wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann weißt du, wir haben lange keinen Checkmang mehr bekommen. Alter, stimmt, stimmt. Jetzt ist das hier. Hä? Hä? Was ist denn das? Hä? So irgendwas gebracht? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Bloß ein Pokal. Okay, jetzt hier. Ja. Oh mein Gott, das Wasser steigt. Alter. Ist das gerade? Okay, schnell rüber, schnell rüber. Okay. Den Sprung müsstest du schaffen jetzt schon. Ja. Okay. Sehr gut. Danke. Und ich bin hier oben beim Pokal wieder. Ich glaube es nicht. Wollen wir gucken, was passiert. Wollen wir gucken, was passiert. Oh nein. Gerade noch so geschafft hier. Oh nein. Ich bin fast runtergegangen. Blau. Nein. Jetzt muss ich wieder hier oben. Ah, wirklich. Okay, 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 geht drauf, geht drauf. Okay. Dann hier. Geh aufs Fliege. Geh aufs Fliege. Blaue Brett. Geh aufs Fliege. Geh aufs Fliege. Ich wollte mitgehen aus Reflex. Ich weiß auch nicht warum. Ja, 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 ja. Okay. Okay. So. Ich laufe nicht schlecht. Los. Geh drauf. Okay, 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 ich geh rauf. Oh Gott. Und rüber schicken. Und rüber schicken. Okay, rüber schicken. Ich schick's zurück. Ja. Danke. Und? Du musst dir ganz viel Glas kaputt machen. Okay, draufhauen. Oh. Oh nein. Oh mein Gott. Was denn? Wow. Das ist der Gym-Lehrer. Der Gym-Lehrer. Oh Gott. Ich seh's gerade. Oh mein Gott. Vorhin ab, vorhin ab. Alter. Racketen fliegen voll langsam. Kämpfen willst du zweit gegen den? Ja, ne? Ich glaub schon. Ich hab blaue Racketen. Welche hast du? Auch blaue. Blaue. Aber er ist nur hinter mir her, oder? Ja, ja. Nur hinter dir hat er der, ja. Ah ja, okay. Jetzt hinter mir, jetzt hinter mir. Ja, ja. Ich seh's, ich seh's. Oh Gott, er steht. Oh, was macht er? Alter. Was macht er denn für die Kamera? Wow. Er macht irgendwie Kamera mehr. Oh, 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 oh. Der hat doch ein Bein ist dicker als das andere und der eine Arm ist auch dicker als das andere. Ich seh's auch gerade. Der ist ganz komisch als der Gym-Lehrer. Der hat ganz komisch getrainiert. Oh Gott, die fallen in den Hanteln. Guck mal, ich hau jetzt gerade richtig drauf hier mit den Raketen. Oh, ich auch. Ich auch. Weiter, weiter, weiter. Hier, jetzt. Alter, jede Rakete trifft von mir, ne? Bei mir auch. Kriegst du auch mal? Klar. Oh mein Gott, schnell nach oben nach oben. Oh mein Gott. Wir haben den gleich. Schau drauf. Wir haben den gleich. Alter. Lava. Hast du ne schlechte Attacke von dem? Ohhhh. Guck mal, da fallen die Beine auseinander auch hier. Easy. Alter. Und jetzt sind die Knöpfe, guck mal. Easy peasy. Easy peasy. Du musst alle Knöpfe drücken. Alle? Nein. Okay, und jetzt geht der Aufgang auf. Oh. Mach mal das Holz ab. Und abmachen. Okay. Ja. Privatjet. Und rein in den Privatjet, oder was? Oh, stark. Und wo geht's hin? Ohhhh. Wir fliegen jetzt auf eine neue Insel, Kasper. Let's go. Ohhhh. Und da sind wir. Alter. Wir haben's geschafft. Guck mal. Sehr gut. Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Werbung möchtet, lasst gerne ein Like und Abo da. Checkt euch einfach hier das Video aus. Einmal gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao. Der Motor auf dem Leut 41 UPRdown in den... Entschuldigen nicht 텍. Das war es ja nicht. Aber alle müssen voll sagen.